Tom betritt das Gebäude, in dem er seit etwa zwei Wochen wohnt. Kennt niemanden. Endlose Flure. 25 Wohneinheiten auf jedem Flur. Er hat keine Ahnung in diesem Moment. Er kennt niemanden und er kann sich an nichts erinnern. Ich habe immer das Gefühl, dass ich zu kommen und nicht zu gehen. Ich vertrete, aber ich fliege nicht. Mein Gehirn hat mir nicht zu sagen, dass du schon hier bist. Auch wenn ich nicht hier bin. Mein Gehirn hat mich zu erkennen, aber wenn ich selbst bin, nein, ich bin noch nicht hier. Es ist unmöglich, dass ich diese Zeit noch nicht erinnern habe. Die Chancen sagen, Welcome Home. Aber das ist nicht bei mir, Alter. Ich bin hier, aber das ist nicht bei mir. Aber das ist nicht bei mir. Das könnte wo? Die Joy? Wo ist die Joy? Wie ist das? Meine Frau, meine Frau? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Die Joy? Wie ist das?